Nachdem Mitte 2016 alle 66 Abstellplätze der fünf vorhandenen Schattenbahnhöfe sowie die neuen Plätze im Ringlockschuppen belegt waren, galt es eine Idee für den weiteren Fortgang zu entwickeln. Den Bau einer reinen Vitrine habe ich relativ schnell wieder verworfen. Man ist dann meist zu bequem, die Züge auf die Anlage umzusetzen. Nach Überlegungen wie ein Locklift oder ein Paternoster wurde relativ schnell klar, dass eine Vitrine mit Gleiswindel am besten geeignet wäre. Hier nun ein paar Zugausfahrten. Die Züge werden von Vindigipad ausgesteuert. Freie Plätze werden sofort wieder durch Nachrücken belegt. Züge 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Nach der Fahrt durch die Anlage kommen die Züge bzw. Lokomotiven wieder zurück und fahren wieder von hinten in ihr Stammgleis ein. Untertitelung des ZDF, 2020 Sieht man nun, was sich hinter der Vitrine in den beiden Gleiswindeln und dem Übergang zur Anlage tut. Bis zum nächsten Mal. 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 Im nächsten Mal. Im nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Im Oktober 2017 war es dann endlich soweit. Das Material war geliefert und der Platz soweit leer geräumt. Zunächst wurden die Aluprofile montiert. Anschließend wurden die Verkleidungsflöcher eingesetzt. Danach erfolgt die Montage der Auflagerahmen und der Einlegeböden. Nach der Montage der Pfosten konnten die Professorischen Abstützungen entfernt und die Türen montiert werden. Anschließend wurden die Schutzfolien von den Polycarbonatscheiben entfernt. Sieht nun schon aus wie eine Vitrine. Hier nun ein paar Ansichten von hinten. Die ersten Gleise wurden verlegt. Der Wanddurchbruch zur Anlage wurde Mitte Januar 2018 durchgeführt. Hier sieht man nun schon die Durchbrüche der Anlagenspannten. Die freifliegend verlegten Anschlussgleise. Mitte Februar 2018 wurde der Einbau der Beleuchtung angefangen. Anfang 2019 war die erste Ebene komplett abgeschlossen und die nächste wurde begonnen. Auf der Rückseite sind die Ein- und Ausfahrt schon vormontiert. Die Montage der Gleiswindel beginnt. Beim Bau einer Ebene werden zunächst die Trassenbretter für die Ein- und Ausfahrt hergestellt und montiert. Anschließend werden die Gleise für die Ebene eingebaut. Aus den zugeschnittenen Trassenbrettern werden nun die beiden Gleiswindeln gebaut. Diese werden dann mit Absturzsicherung versehen und in die Vitrine eingebaut. Die Anschlusslitzen der Weichen werden mit einem schwarzen Permanentmager eingefärbt. Die Gleise erhalten für Fahrstrom, Masse und Rückmeldekontakte Anschlusslitzen. Diese werden dann durch Bohrungen durch die Polycarbonatscheiben nach unten gezogen. Dort werden sie gekennzeichnet. Teilweise müssen sie noch verlängert werden. Sie werden dann mit transparentem Klebeband unter den Gleisen zum Quersteg geführt und dort gebündelt durch die Rückwand nach hinten gebracht. Die Leitungen werden dann jeweils zu den weichen Dekodern Stromverteiler und Rückmelder verlegt. Anschließend abgebunden und an der Wand befestigt. Sind alle Leitungen aufgelegt und die Funktion geprüft beginnt die Programmierung. Im November 2021 sind nun vier Ebenen befahrbar. Die nächste Ebene befindet sich in der Planung. Die Ebenen mit den geraten Zahlen können später noch eingebaut werden. Die Ebene 15 soll als nächstes ausgebaut werden. Die Schienenhöhe beträgt hier ca. 1580 mm über dem Boden. Die Ebene 13 ist die zuletzt fertiggestellte Ebene. Sie hat 18 Abstellplätze. Die Ebene 11 verfügt ebenfalls über 18 Abstellplätze. Die Ebene 9 verfügt über die maximal möglichen 20 Abstellplätze. Die Ebene 7 war die zuerst fertiggestellte Ebene. Sie verfügt über 20 Abstellplätze und liegt auf der gleichen Höhe wie die Durchfahrtsveranlage. Die Ebene 5 soll als übernächstes ausgebaut werden. Die Ebene 3 dient zur Zeit als Abstellfläche. Die Ebene 1 als unterste Ebene hat später eine Schienenhöhe von 40 mm über dem Boden. Die Ebene 4 Die Ebene 4 Die Ebene 4 Die Ebene 1 als unterste Ebene 4 Die Ebene 5 Die Ebene 5 Die Ebene 3 Die Ebene 5 Die Ebene 5 Die Ebene 5 Untertitelung des ZDF, 2020